Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder an GTA. Erstmal könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr happy machen und natürlich ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Weil GTA verschenkt an uns 2 Millionen. Manche fragen sich wahrscheinlich wie man die kriegt. Ganz einfach, ihr müsst euch einfach an bestimmten Tagen einloggen. Und zwar für eine Million, also die erste Million, muss man ab dem 30. Januar bis zum 5. Februar einmal ein Spiel rein. Also einfach kurz ins Spiel rein, in der GTA Online Lobby. Vielleicht mal ganz kurz rumlaufen, ein paar Sekunden, dann könnt ihr wieder raus. Und um die zweite Million zu kriegen, müsst ihr euch vom 6. Februar bis zum 12. Februar einmal einloggen und ins Spiel gehen. Und so kriegt ihr einfach schon 2 Millionen GTA Dollar. Ich weiß nicht genau wie lange es dauert, bis man die kriegt. Ich gehe mal aus von einer Woche, also dass es vielleicht so 5 Tage dauert und dann kriegt man das Geld. Das weiß ich nicht genau, vielleicht kriegt man es auch sofort. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fragen sich vielleicht auch noch manche, warum man das Geld kriegt. Weil seit 6 Jahren, also im Dezember 2019, haben seit 6 Jahren die meisten Spieler GTA gespielt. Dafür will sich halt GTA ein bisschen bedanken. Und dafür kriegen wir 2 Millionen. Und ich finde es auf jeden Fall sehr cool, weil so viel Geld haben wir echt lange nicht mehr gekriegt. Und, au, da bin ich gestorben. Na toll. Auf jeden Fall, das war es schon mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wie schon am Anfang gesagt, könnt ihr gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr happy machen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.